So, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Story. Im letzten Part sind wir hier in dieses Banditenlager eingedrungen. Auf der Suche nach den Medizin haben meine alten Bekannten getroffen und haben vor dieser Türe Halt gemacht. Dann gehen wir jetzt mal durch und machen weiter. So. Okay. Okay, Berserkreptiden, ja genau, da sind Magier in der Mitte. Okay. Gut, für Analysieren, äh, Analysieren, analysieren kann ich da nicht. An sich ist das dann ein kleinerer. Ich glaube, die Hau-Drauf-Methode tut sie am besten. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Äh, sail wieder mal. Genau. Zack. Und bam. Genau. Ah, Abwehrbruch, also. Ja, ihr seht den schwarzen Magiekreis gerade. Das sind feindliche Zauberkreise. Die schaden mir, wenn ich da drin stehe. Beziehungsweise, ich glaube, die werden sogar als feindliche Heilkreise klassifiziert. So. Zack, einmal hier hin. Und da kommt, Ausfall. Ausfall, bitte. Wo war der Ausfall? Ich kann, warum kann ich nicht ausfallen? Ja, gib mir den Ausfall. Goddamn. Danke. Okay. So. Ein Piler noch. Autsch. Und das da. Da, guck mal, da gibt es ein Item. Da sind die Hexentöter. Äh, alle ein Level ab. Aber keine Einfähigkeiten. So. Ihr seht, die Viecher droppen ganz schön gut. Das Rabenfehler, das ist Farbe, soweit ich weiß. Ne, Agilität, Gruppe plus 5. Behögt Frequenz mit Angriffen und Pfeilschüssen. Verkürzt Konzentrationsphasen. Okay. Also für die Gruppe komplett plus 5, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Äh, dann hier die Hexentöter. Das sind die, wo ich ganz, ganz am Anfang im ersten Part erwähnt habe. Diese Pfeile, die Magier sofort, so gut wie sofort töten. 206 Gold. Ja, die können großen Schaden bei gegnerischen Magier anrichten. Genau das. Und 270 Gold. Kann sein, dass ich dich auch übersehen habe, am Anfang. Ne. So gut wie ich bin. Na so, dann stehen wir wieder vor einer Türe. Ich gucke kurz, ob ich hier noch eine Schatztruhe finde. Immer schön alles mitnehmen. Ich glaube, nein, 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 nein. Hier sieht's aufgeräumt aus. Gut, gehen wir weiter. Okay. Mal hier in Deckung. Ah ja, ein Gegner. Ein recht großer Gegner. Ähm. Ziel suchen. Ein Ogre. Seid ihr für eine Schwachstelle? Schwäche als... ...minder bemüllter Riese. Ungeschlangen im Nahkampf. Ey. Besitzt aber keine nennenswerte magische Abwehr. Feuerwesen. Okay. Dann würde ich echt gerne sagen. Hi. So. Gibt's hier noch was? Zack. Ja, ach ne. Ja, ich hab den Ogre gesehen. Okay. Ich probier mal was. Hab. Hab. Ja, aber... Nur verlassen. Ich hab doch noch mich jetzt hier gesehen. Genau. Komm mal her. Du siehst mich. Oh, da kommt noch mehr. Er hat was. Autsch. Ho. Wieder Fokus verloren. Okay. Jedes Mal, wenn ich jetzt auf den Boden geworfen werde. Jetzt kommt Eis. Das tut ihm recht viel weh. Autsch. Recht viel weh ist auch ein gutes Deutsch. So. Kopfschuss. Ja. Geblockt, du Arsch. Take this. Ja. So. Hier gibt's noch irgendwas zum Suchen hier oben. Ja, probieren wir's halt mal. Mal sehen, ob's was bringt. Ah, ich... Das Pillar. Er unterstützt ein ganzes Seelen an seinen Augen. Loh. Geh dich mit etwas Magik runter. Will ich eine extra Päne für die Demolition? Na, das ist doch nicht so einfach. Nee, kommt nicht mehr. Was hast du getan? Ich und Zeal haben alles gemacht. Danke. Ja, ich habe das gehört. Anyway, lasst uns gehen. Was gibt's, was gibt's, was gibt's? Den Heldenbeinschutz, den ich gerade anhabe. So, Ausrüsthöhen. Heldenbeinschutz. Heldenbeinschutz würde ich gern Lowell geben. Beziehungsweise, da gibt's auch den Lederbeinschutz. Wie sieht denn der aus? Ach ja, das war das. Cool, der Ding. Ah, der ist big. Cool. Hier gebe ich den Lederbeinschutz. Ja. Passt. Ah, noch eine Droh. Oh, seitensitem Kupferschwert. War das zum Ausrüsten? Ja, das Kupfer-Schwert war zum Ausrüsten, ist aber recht schwach, so ehrlich gesagt. Aus Kupfer gefährdet, wertvolles Schmuckschwert. Geringe Eingriffskraft, nicht zum Kauf geeignet. Kein Attribut. Aber ich glaube, die Dinger kann man verbessern, soweit ich mich recht erinnere. Und die zu recht extrem guten Waffen. hochziehen. Egal, wir speichern hier erstmal. Wie viel ist das eigentlich? Auf den Teil muss man auch noch stellen. Aber hier habe ich ja was zum Sehen. 1,56 haben wir das letzte Mal gespeichert. Das heißt, ich spiele schon... 4 Minuten, 10 Minuten, ne? Ne, sind nicht mal 10 Minuten. Spiele 8 Minuten. Entrechnen. Cool, ne? Okay. Okay. Teil 8 Minuten. Ah! Still alive, pretty boy? A coward like you won't beat me. Why not save some time and surrender now? A coward? I prefer to call it being smart. And you've gotta be smart to get anywhere in this life. A sword-waving idiot like you wouldn't understand. You'll be nothing but a murk, crawling in the dirt for the rest of your stinking life. You'd better watch your tongue before you lose it, no need to get so worked off. Yeah. Something to... up Sergei gegen kilometerunden 이미 die die er chcia sondern die Oh, Dieb, 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 Armbrustschütze, soweit ich weiß. Und den fetten Terracore. Ja, ich lese es jetzt unten nicht vor. Schön finde ich auch, dass hier Pretty Boy mit Luckaffe übersetzt wird. German Translation OP und so. Wie war denn das nochmal? Wie machen wir den Kampf denn am besten? Also ich gucke jetzt auch schon mal, dass ich die Diebe da oben ausscheide. Wupp! Na, kommt ihr. Au! Ihr Pisser. Guck mal nicht an. Genau. Ja, ich gehe gerade schauen durch die. Aber die Magier durften eigentlich auch recht viel hinbekommen. Ah, guck mal, das ist die Diebe. Ich bin tot. Fängt ihr gut an? Au! Was? Bitte! Äh, okay. Ich bitte aber eher auf diesen Lauf mal weg. Nein, bitte. Dreh dich um. Dreh dich um. Dankeschön. Hallo. Hallo. Komm zu mir. Komm zu mir. Du sollst zu mir kommen, nicht mich töten. Ach du Scheiße. Vor allem wie viel Schaden ich mich schon gemacht habe. Könnte bitte sich die Kamera verändern? War der Kampf so schwer? Das habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe auch gar nicht gelesen, was da oben steht. Ich habe nicht gesehen, was da oben steht. Trink ich geflamed? Ach, genau. Mit dem Ausfall kann man recht viel damit anstellen, wenn er den trifft und wenn ich nicht sterbe. Er hat mich jetzt nicht in Erinnerung. Ähm. Er hat mich jetzt als Agro wieder und zieht mich jetzt hoffentlich nicht. Ja, aber das macht prächtig. Ach ja, genau das war das Ding. Ja, ja, ist okay. Genau. Neues Tutorial. Wenn mehrere Charaktere abwechselnd denselben Feindangreifen erhalten, sie einen Kettenbonus, der ihre Eingriffsstärke deutlich erhöht. Kettenangriff. Läuft ein Charakter durch einen Magiekreis, wird seinem Angriff ein magischer Elementstatus verliehen. Mit Hilfe dieser Stärkung kann auch ein einzelner Charakter einen Kettenbonus erhalten. Elementstatus. Ja, das ist das, wenn man in diese Elementkreise drückt, wie es da oben steht und so. So, genau und jetzt können wir recht fett draufbolzen. Genau, 200. Ja, jetzt machen wir richtig Schaden. Genau, und ich heile mich wieder, dass ich zwei Leben verloren habe. Das ist ein bisschen eklig. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, aber sie sind alle noch auf mich gefokust. Das ist gut. Geh weg, geh weg. Ja, Autsch. Geht doch nicht. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Das ist ein Heilkreis, Meiner. So, und ich bin aus dem Heilkreis draußen, das seht ihr, das habe ich am letzten Fall erwähnt. Äh, ich habe mich trotzdem weitergehalten. Oh, ein Ausfall. Boom, und fang an zu bouncen. Schön, bounce, 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 immer schön blocken. So, und er steckt drin. Und drauf mit. Deckrange, bitte, knapp, Meiner. Dankeschön. Na ja, dann machen wir Schaden. Also ihr seht, selbst mit so einem Strategie-Kampfsystem, also es ist ja eher ein Strategie-Kampfsystem, kann man sagen. Äh, ist genug, guck auf, meins. Äh, variieren die Kämpfe sehr stark. Also es ist nicht nur dieses typische, oh, guck mal, da ist ein Kampf. Oh, ouch. Oh, guck mal, ich werde angegriffen. Oh, guck mal, ich töte jemanden. Man muss hier teilweise wirklich Taktiken benutzen und jeder Kampf wird anders benutzt. Und, Alter, macht der Schaden. Ich will jetzt eigentlich nicht mehr, dass er mich anbissiert. Nein, 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 au, au, au. Oh, wenn ich tot bin, sind wir tot. Das wäre ein schönes erstes Game Over in dem Spiel. Ähm, bitte einmal Ausfall. Ich wurde wieder getroffen. Ich will jetzt aber jetzt echt gar nicht mehr heilen. Was will der denn? Greift bitte den Daggerant, please. Oh, er jumped wieder schon. Gib mir bitte Heilung. Danke, danke, danke. Ich muss hier eine Weile stehen bleiben. Weil sonst warst du es mit mir. Nein, oh, bitte geh weg. Oh, shit. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. So, ich habe wieder volle Leben. Und kann den Ausfall wieder machen. Gut. Genau, lasst uns zusammen angreifen. Nein, haut auch bitte drauf. Magie, gib ihm. Ja, gut, ist schon vorbei. Nur 300 neue Erfahrungen. Boah, recht viele. Er hat echt wehgetan. Ja, kling, kling, kling. Ich kann mich auch nicht... Ach doch, ich kann mich bewegen, aber... Oh, kam vorbei. Okay. Sail, Mirania und Level Up. Oh, Leiter-Truck-2. Meins. Jetzt, auf die Tür. Kannst du noch eine bessere Waffe nehmen? Nein, es gibt nur noch Piratensäbe. Jetzt können wir da runter. Nein, da unten ist er tot. Können wir hier irgendwie hoch? Ah, Leiter, hallo. Gibt es hier noch irgendeine Drops-Sachen? Es gibt auf jeden Fall hier noch eine Drohe, wo es ein sehr geiles Schwert gibt, das ich beim allerersten Playthrough bekommen habe. Ist recht stark und für eine recht lange Zeit. Und... Das ist ein Katana. Ich bin ein Katana-Fan bei. Meins. Ich hoffe, ich kriege es wieder. Eins auch der Schwerter, die ich vermutlich bis ans Ende des Spiels haben werde. Weil ich es einfach nicht verkaufe. Da ist es Sauran. Oder wie auch immer heißt. Ich habe den Namen vergessen. Hallo! 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 Habit ist er an der Schwerter, oder? So, wir sind jetzt an der Schwerter, oder? Warte! Ist das Geld? Ich gebe euch alles, was du willst! Nur... Nur, 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 lass mich weg! Also, wir sind jetzt an der Schwerter, oder? Warum nicht du hier überraschst und schraubst meine Schwerter? Dann sprechen wir. Na gut, meine Schwerter immer noch die Schwerter machen. Oh, take that, you awful man. Morania hat nur deine Leben saved. Du wirst nicht so glücklich sein. Let's see. Ha, got it. Die Mercenaries left die Warehouse safe und sound. Sie nahmen die Medizin zurück in die Tavern, wo Ariella und Warren-Warrin waren in der Hoffnung. Oh, okay. You should be all right now. If you drink this medicine every day, you'll be better in no time. I don't know what to say. I can't thank you enough. I'm gonna get better. Und dann, wenn ich großartig bin, werde ich eine starken Mercerin sein. Just wie Zayl. Nacht, nachts finde ich das. Ja, es ist nachts. Ich speichere mal. Zack, zack. Zwei Minuten, fünf Minuten haben wir noch. So, gehen wir gleich ein bisschen verkaufen und kaufen. Na, da ist Lisa. Mit der werden wir gleich reden. Hallo. Ich möchte Waffen kaufen. Aber erst mal verkaufen. So, ja, hier die Scherzmann. Diese Bananenschale kann man per Armbrust verschießen. Perfekt für Scherzkeks und solche, die es werden wollen. Ähm, damit kann man Verfolger wegwerfen. Gedönse, Dings und so, ne? Ganz lustig eigentlich, diese Seite. So, die Piratensäbel. Also erst mal die ganzen Schwerter weg. So. Der schwere Beinschutz kommt weg. Und nochmal der schwere Beinschutz kommt weg. Gnomenkupfer und roter Vulkanstein. Der Rotor wird... Da, 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 da. Ah, ja, da steht. Ich sehe eben nicht die Zahlen. Eingriff 10, Reptidenklinge, ne? Eingriff 10. Ähm, ich werde diese Waffe auf jeden Fall verbessern. Deswegen werde ich sie behalten. Man kann sie sich gut verkaufen. Aber ihr seht, Eingriff 10 ist echt nichts. Eingriff 60 ist schon was anderes. Aber ich glaube, kein anderer kann diese Waffe gerade benutzen. Deswegen gibt mir Geld. Kupfer schafft 2000 Gold. Aber, wie gesagt, werde ich verbessern. Wird recht stark sein, schätze ich mal. Ähm, der Rest brauche ich soweit mal nicht. Ich habe 3,5 K. Warum ist die Leute außerhalb? Shane, es gibt so viele, die sich gut machen. Hier ist ein paar Tipp. Wenn jemand nach dir geht, riecht und schaue in den Leuten. Das war vielleicht... ...ein kleiner Tipp für... ...die Verfolgung sagt mit Lisa. Auf jeden Fall. Reden wir jetzt mal mit den Zweien. Ich kann nicht glauben, dass du den Nerv, dass wir uns so aufhören. Ich glaube, es zeigt, wie verrückt du bist, Felicia, oder? Oder war es mir, die du interessiert bist? Vielleicht beide? Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay? Ich hatte eine schöne Zeit, mit Seren zu sprechen. Deine Worte sind so interessant. Seren, was hast du ihr gesagt? Oh, würde ich nicht wissen, was du wissen würdest. Well, too bad. My lips are sealed. Honestly. I guess it's time you went home. I'll see you off. Yeah, that makes sense. Is... ...everything okay? Before I go, there's a place I'd really like you to take me. Now? It's the middle of the night. I know, but it's somewhere really special to me. This might be the last time, I can ever sneak out of my home. So I must go there. I have to... Please, Zelle. Please, Zelle. Nein, du musst nach Hause. Ich bin Papa. Nee, natürlich nicht. In Ordnung. Kapitel 7. Kapitel 7. Kapitel 7. This is the light of the dead land. And all those stars are the light of life. They're exact opposites, but they both have the same glow. This is my special place. I remember, my mother standing here. And my father was here, giving me a piggyback. My mother and father were just away from the end of the day, when I was in the end of the day. So... Wow. It's amazing. They call it a meteor shower. My father taught me that when we came here together. There was another meteor shower then. Now that I think about it, I've seen one before too. When I was a kid. It's been a long time since I've thought about those days. What are those? They're lenses. They're a memento of my dad. He used them to look up at the sky. Like this. Would you like to see my lucky star? Azul. Find the goddess statue. To the left. Oh, yeah, here. There. That's right. Then look for the blue star she's pointing to. So, then gehen wir mal gerade aus hier weiter. There is her. That one? Yes. My star should be just above the blue one. Yes, that's it. They call it the twin swans. Isn't that two stars? Well, yes, but it's what they mean. They're stars that can change your destiny. What's your lucky star? That one, maybe? That star represents someone who's kind to everyone, but a tiny bit indecisive. What? Really? I don't know why, but I've suddenly remembered something. What is it? Das war's für heute. 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 22, ja, 4 Minuten drüber ist okay. Gut, dann verabschiede ich mich für heute. Das war the last story für heute. Macht Sinn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.